So, willkommen in meinem Reich. Das ist mein Zimmer und ist auch bis jetzt der ansehendlichste Ort der Wohnung, soweit ich das beurteilen kann. Denn Küche und Bad werden erst morgen geputzt. Hier sieht man also hervorragend die Komplärgeschenk-Postkarten. An dieser nackten Stelle hier werde ich heute, denke ich, noch einige Fotos anbringen. Dann kommt hier das Hirschbild. Und da drunter, da muss ich ganz vorsichtig mal hier rückwärts gehen, da drunter mein Bett mit dem Affi. So, aus diesem Fenster hier hat man einen hervorragenden Ausblick ins Grüne. Und der Rasen an draußen ist auch wirklich toll. Leider sonst nicht gerade keiner. Da liegen immer sehr attraktive Frauen draußen. So, dann haben wir hier einen Stuhl. Man bemerkt, das Polster ist lila. Und mein Schreibtisch. Ist noch nicht überall was drin, aber ich habe die schon ganz gut eingerichtet. Die Lampe funktioniert. Das Internet leider noch nicht. So, über dem Schreibtisch natürlich gutes Wedding, schlechtes Wedding. Und mehr Postkarten. Und dann kommen wir hier zum allgemeinen Irgendwas-Regal. Irgendwann haben wir die Abteilung Essen, die derzeit noch nicht in der Küche gelagert werden kann, weil das zu keines ist. Dann haben wir die Abteilung Technik, Wetter, Schmuck und Brillen. Und darunter die Abteilung Körperhygiene und Luxus. Die erstreckt sich ziemlich weit. Und hier ist dann mein hervorragender Wandschrank. Leider habe ich kein eigenes Waschbecken. Dafür habe ich aber kein Possible. Und der Schrank ist natürlich voll. Völlig klar. Hoffentlich hat er das Zeug drin. Aber das braucht man ja auch alles. Leider habe ich die Kleiderbügel zu Hause vergessen. Deswegen hängt hier jetzt erstmal nur eine Tüte und irgendwie so was. Und hier oben ist mein Koffer, aber das sieht man wahrscheinlich gar nicht. Und ich habe einen Spiegel. Ja, das war es im Prinzip auch schon. Noch ein kleines Böckenrumpchen und mit einem Blick auf den Bären. Ciao, ciao.